Hey, deine Flasche ist nur noch zu einem Viertel voll. Willst du hochkommen? Nein, geht schon. Kann nicht mehr weit sein. Wenn du ihn nicht bald findest, war's das. Ich finde ihn. Okay. Okay. Hey, ich habe hier was. Was denn? Kein Rost. Richtige Farbe. Vielleicht ist es an den Felsen zerschellt und... Hey, du Nuschelst. Sorry. Sieht aus wie ein Stück unseres Wracks. Muss in der Nähe sein. Du machst mich neugierig, Drake. Aber sowas, oder? Ah, da ist er ja. Ich habe ihn. Okay. Wie sieht er aus? Mitgenommen, aber intakt. Was haben wir denn hier? Okay, ich sehe die Fracht. Die meisten Kisten sind wohl noch da. Weißt du, wie viele? Dafür muss ich wohl reingehen. Warte kurz. Okay, dann mal los. So. Morgen, Leute. Okay, bin drin. Sieht aus, als sei der Großteil noch festgeschnallt. Mal sehen, da sind eins, zwei, drei... Nach meiner Rechnung fehlen uns zwei Kisten. Ich werde sie suchen. Warte. Komm lieber erst mal hoch und füll deine Flasche auf. Die Kisten müssten in der Nähe sein. Ich schaff das. Aha, hab eine. Ach, Mist. Die Kiste steckt unter dem Anhänger fest. Hör zu. Sicher erst mal die andere Kiste. Dann heben wir den Anhänger für dich an. Siehst du, deswegen bekommst du das große Geld. Haha, ja. Aha, hab die andere Kiste. Da war es nur noch eine. Sichere sie im Anhänger. Wir sind schon fast bei dir. Okay, bis gleich. Okay, eine Kiste gesichert. Gutes Timing. Wir sind direkt über dir. Wir lassen das Seil runter. Okay, ist in Position. Häng den Anhänger dran. Wir heben ihn ein Stück an. Okay, hab das Seil. Ich versuche es, um eine der Achsen zu schlinken. Das sollte gehen. Yep. Okay, eins hab ich. Gut, achte auf deinen Sauerstoff. Das passt schon. Das zweite. Okay, Anhänger gesichert. Los geht's. Okay. Mach Platz. Wir heben ihn an. Ich bin soweit. Und hoch damit. Okay, reicht das? Ja, locker. Lass ihn nur nicht fallen. Wir werden sehen, oder? Okay, ich hab die andere Kiste. Ich mache sie mit den anderen fest. Okay. 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 Na los. Komm schon. Geht doch. Oh Mann. Fertig. Die Ladung ist komplett und erfasst. Ich hab noch Sauerstoff für fünf Minuten. Oh Mann. Hey, dann bleib doch noch ein bisschen unten. Vielleicht findest du noch ein paar andere Schätze. Nein, danke. Willst du mit? Gerne doch. Sag mir, wenn du am Seil hängst. Komm schon, Nate. Was machst du? Okay, ich bin bereit. Hol mich hier raus. Wird gemacht. Und aufwärts. Was für eine Schönheit. Wie geht's dir? Oh, besser seit ich aus dem Fuß raus bin. Ich werde wohl eine Woche noch Fisch stehen. Okay. Wir kommen zu dir. Warte. Ich warte. Was geht so, Jungs? Aha. schön dich wiederzusehen, Drake. Ja, ich freu mich auch. Wirf die Ausrüstung her. Bitteschön. Danke. Oh, der Tank ist echt leicht. Das war nicht mal der langsamste Tauchgang, den ich ertragen musste. Ist das ein Kompliment? Ich bin überwältigt. Weißt du, was mich überwältigt? Dein Gestank. Keine Ahnung, Mann. Mir gefällt's. Erinnert mich an deine Mom. Echt fies, Mann. Das werde ich ihr auch sagen. Hier, äh, ein Unterschriftierkauf. Okay. Kumpel. Warte. Computer. Wir haben... Eine Sekunde. Wie machen wir uns? Was denkst du? Vollständige Bergung? Vollständig. Ha, neben dir wirken wir armselig. Ich lass euch gut dastehen. Moment mal. Reden wir später drüber. Mein Held. Na komm, mal sehen, was du hast. Hey, lass doch nächstes Mal jemand andern. Du brauchst eine Pause. Ja. Na gut. Es wird aber etwas dauern, bis wir wieder tauchen. Was ist mit dem Job am Donnerstag? Mh-mh. Ach man, nein. Wurde unterboten. Das kann doch nicht wahr sein. Hey, die Konkurrenz schläft nicht. Na, dann sehen wir mal nach. Wärst du dann so frei? Ja, klar. Danke. Wow. Sieht dir das an? Das ist Kupfer. Tja, du wärst überrascht, wie viel das Zeug wert ist. Der Kunde zahlt gutes Geld für den ganzen Kram. Willst du es nicht lieber zu Pennys einschmelzen? Na komm, gehen wir feiern. Die erste Runde zahle ich. Mit euch um die Häuser ziehen? Nein, nein, nein. Nicht ohne Gefahrenzulage. Wenn es euch nichts ausmacht, erledige ich schnell den Papierkram und zisch ab nach Hause. Ein andermal gern. Okay, wie du willst. Hey, gute Arbeit heute. Danke. Kupfer. Hey, hey, Nate. Nate, warte mal. Hey, was machst du denn hier? Äh, ich hab ein Geschenk für dich. Geschenk? Was ist das? Ich hab Nachricht von meinem Kontakt über dieses Wrack vor der Küste von Malaysia. Oh nein. Das Schiff ist intakt. Ja? Die Fracht wartet nur auf uns. Du lässt mich locker, das muss man dir lassen. Das Geld für die Ausrüstung ist auch gesichert. Wir sind startbereit. Bis auf meinen besten Mann. Der Mann, dem ich vertraue. Der Einzige, er hat kalte Füße. Meine Füße waren noch nie warm. Sag mal dieser Kontakt von dir. Hat er die Genehmigung? Nein, er hat sie nicht. Okay, niemand hat eine verdammte Genehmigung. Natürlich. Aber Nate, das ist doch zu unserem Vorteil. Keine Genehmigung heißt keine Konkurrenz. Das Schiff gehört nur uns. Keine Genehmigung heißt keine Bergung. Nate. Mit dem Geld hätten wir ausgesucht. Und zwar wir beide. Okay, ich weiß ja nicht, wie's dir geht, aber ich will nicht noch mit 60 Bergungen machen. Du etwa? Besser als Gefängnis. Hör zu, ich muss ablehnen. Und das solltest du auch tun. Pass auf, nimm's einfach mit. Mir zuliebe, okay? Ich hindere meine Meinung nicht. Schadet ja nicht, drüber zu schlafen. Oder? Grüß Carla und die Kinder von mir, okay? Kein Druck, nee. Aber denk drüber nach. Okay. Hier hast du echt gute Arbeit geleistet. Hat das Suchgebiet eingegrenzt? Das wäre ein Wahnsinnsfund. So ein Scheiß. Nein, nein, niemals. Du kommst zu den anderen. Das wäre ein promises für eine Ante, repente. Achst vaccines. Jawiert bin ich ganz lowering? achiever.